Ja, ihr lieben Zuschauer, wir machen weiter in der Statue von Gabomber Und werden direkt von einem Salamander überfallen Stirb Salamander, stirb Kein einziger Spezialangriff, so eine Scheiße Mensch, mein Herz ist so komisch locker an Gar nicht cool Na egal So, hier unten ist dann auch das... Ja, da ist es Die Treppe nach oben Ah ja, klar Ja, so, jetzt bin ich eigentlich schon so gut wie fertig hiermit Aber wird dann wohl doch nix mit dem Dings da Wie die mich einfach nur überfallen haben, die Schweine Naja, egal So, Blitz und dann Brodämm Bam Zack Schlitz und K.O. Und dann doch nicht K.O., aber... Stirb Salamander, stirb Mensch, ey, so ein Salamander, ey So, dann geht's jetzt weiter Und ja, hier oben ist noch ein sogenanntes Minispiel Sammelt eure Energien Hier, seht doch mal her Lass uns nun unser Juwel dem großen Gabomba darbieten Wieder mal Oh, großer Gabomba, bitte nimm unsere bescheidene Gabe an Bitte, großer Gabomba, nimm dieses Juwel Seht doch, der große Gabomba hat das Licht des Juwelts erblickt Ja, und hier drin spielt sich jetzt so ein kleines Minispiel ab Beide diese komischen Kugeln Lösen so eine Ja, lösen, sag ich mal, zwei Lichtkugeln aus Und, ähm, ich muss jeweils eine rote und eine blaue in die Mitte leiten Du bist immer noch nicht zufrieden Nein, diesmal scheint es fast so, als würde er Wir müssen weitermachen Trommeln, mehr Trommeln Ja, so funktioniert das also Er hat versagt, weil die Leitungen, die seine Psynergie bündeln sollen, unterbrochen worden sind Sollen wir die Verbindung wieder herstellen, damit... Ja Ich werde ihnen nicht helfen, Felix So, äh, sie waren es, die meinen Ball aus Matra gestohlen haben Aaron, ich verstehe, dass du voller Zorn bist, aber es ist in unser aller Interesse, ihnen zu helfen Denk doch nach, Aaron Akafuwo hat den Ball nur gestohlen, um die Zeremonie zu vollführen Also, was glaubst du, gedenkt er mit dem Ball zu tun? Er hat vor, ihm den großen Gabomba zu opfern Oh, das heißt, wenn die Zeremonie erfolgreich verläuft, gelangt der Ball in die Statue hinein Und wir sind in der Statue Gelingt die Zeremonie, können wir den Ball zurückbekommen Ich will diesem Akafuwo nicht helfen, aber Die Vorstellung, ihm zu helfen, fragt mir auch nicht mehr als dir Aber vielleicht kann die ganze Sache, äh, auch kampflos über die Bühne gehen Du hast recht, Cosma Mal sehen, ob wir ihm bei seiner kleinen Zeremonie ein wenig helfen können So Alles klar, das wird jetzt eigentlich Ganz chillig Ähm, ich setz mir nur schnell den Hammer hier hin Und dann legen wir los So, dann drehen wir einmal Dann haben wir hier schon mal eine Verbindung Jetzt müssen wir nur noch hier die Verbindung hinbekommen Was eigentlich auch gar nicht so schwer ist Lasst mich nachdenken Ah ja, alles klar Nein, ups So Zack, dann noch einmal drehen Und geschafft Und zack So So, weil er jetzt noch ein paar Sekunden zählen würde Spule ich einfach mal vor Ja Hm, wie lange zählt er denn? Uh, Akafuwo Hallo 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 Akafuwo Jetzt so Oh, großer Gaboma Bitte nimm unsere bescheidende Gabe an So Blau und Rot sind auf dem Weg Und da Seht doch, der große Gaboma reagiert auf unsere Gabe Aber Hm, lecker, lecker, lecker Habt ihr das alle gesehen? Endlich, der große Gaboma hat mich akzeptiert Ich werde auf seinen Ruf antworten Ich werde in sein Inneres schreiten Wartet auf mich, mein Volk Der schwarze Ball, wo ist der? Ich habe gesehen, wie er hier hereingerollt gerüst Er kam hier rein und ich Und rollte entlang dieser Furche im Boden Und dann ist er in diesem Loch verschwunden Er scheint sehr tief zu sein Kannst du ihn sehen? Glaubst du, du kannst ihn erreichen? Nein, ich kann ihn nicht mehr sehen Es hat keinen Sinn, ich werde Lemuria nie wieder sehen Ein Licht Wer seid ihr? Was macht ihr in Ki- Äh, was macht ihr? Seid ihr Kebombo? Nein Was habt ihr in dem Inneren des großen Gaboma zu suchen? Wir sind gekommen, um in den schwarzen Ball zurückzufahren Den du gestohlen hast Glaubt ihr wirklich, dass ich euch erlaube, ihn zu nehmen? Hey, pass bloß auf Wären wir nicht gewesen, würdest du noch immer da draußen stehen Was soll das denn heißen? Warum sollte ich glauben? Äh, ich euch glauben Ich bin Aka-Fubu, der erwählte Medizinmann der Ki-Bombo Jetzt sind sie in der Hand Ja, komm mal schön mit Ja, das wissen wir Wir sahen, wie deine Magie an uns vorbeizog Siehst du diese Leitung, die über dem Wund führten? Hier, sieh doch Sie führt bis hierher Allerdings war der Kreislauf hier unterbrochen Wir haben das Problem gelöst, damit deine magische Energie ungehindert fließen könnte Aber, wenn ihr das wirklich getan habt Dann, warum, warum habt ihr mir geholfen? Wir hätten gehofft, dass wir den Ball erhalten würden Wenn deine Zeremonie erfolgreich sein würde Ah, dann habt ihr also den Ball genommen Dann verschwindet Ihr habt hier nichts mehr zu suchen Aber wir haben den Ball nicht Er ist durch diese Furche gerollt und ist dann in diesem Loch verschwunden Wir konnten ein Licht dort drin sehen Aber nebenan, dass hinter der Wand noch ein Raum sein muss Ich kann euch den Ball vielleicht wieder beschaffen Glaubt ihr wirklich, dass Akafubo uns den Ball zurückgeben wird? Ja, eigentlich schon Vielleicht haben wir uns in ihm getäuscht Ich dachte, Akafubo wäre ein schlechter Mensch Aber vielleicht haben wir ihm Unrecht getan Das kann man nie wissen, Cosmo Wir haben ihm ohnehin keine andere Wahl Wir müssen einfach auf seine Ehrlichkeit vertrauen Ich habe euer Anweisung gefolgt und die letzte Kammer betreten Er sagte, wenn ich diese Kammer erreichen würde Wäre ich der neue Medizinmann im Kibombo Ich weiß es nicht Jetzt geht's los Oh, junger Medizinmann Du hast all deine Prüfungen bestanden Du hast diese Kammer erfunden Erfunden oder gefunden? Wer spricht da? Das klang wie die Statue des großen Kabomber Das ist lächerlich Akafubo, deine Magie ist stark geworden Nun bist du des Titels eines Medizinmanns wirklich Äh, würdig Ich überreiche dir die Fern und die Robe Die Insignien deiner hohen Würde Akafubo, von diesem Tag an sollst du der neue Medizinmann in der Kibombo sein Ich hab's geschafft Endlich habe ich mir den Titel des Medizinmanns verdient Endlich Ja Eines bleibt noch, was ich an dich weitergeben muss Akafubo, du hastiger Nahe Ich muss dir noch was geben Doch in deinem Übermut bist du nun schon fortgelaufen Sagt ihr da Ja, ihr, die ihr so verdunst in die Runde blickt Ihr sollt Ich sollte Akafubo einen Zauber gewähren Einen Zauber, den er schon bald brauchen wird Aber er ist noch nicht bereit für ihn Daher habe ich beschlossen, dass ich diesem Zauber noch niemandem übergeben werde Überbringt Akafubo diese Nachricht Wenn es ihm nach diesem Zauber verlangt, dann muss er ihn sich selbst verdienen Wenn Akafubo seine magischen Fertigkeiten nicht verfeinert Wird er diese neue Kraft niemals sein eigen nennen können Diese Kraft wird sich nicht manifestieren, solange er sein Leben nur für sich selbst lebt Stattdessen sollte er sein Leben in die Dienste anderer stellen Sagt ihm dies Ich nehme an, dass du nicht vielleicht uns diesen Zauber geben würdest Was sagst du da? Ich frage nur, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass wir uns diesen Zauber verdienen Bevor es Akafubo gelingt Diese Kraft darf von jedem beansprucht werden Ja, auch nur, wenn es Akafubo an der Entschlossenheit mangelt Sie zu alarmt Aha, dann ist es also möglich Vielleicht nimmt er sein Amt etwas wichtiger Wenn er für diese Kraft im Wettstreit streiten muss Achso, keine Ahnung Doch bevor das alles geschehen mag, müsste Akafubo meine Botschaft überbringen Oh, natürlich Wir würden nicht einen Traum, dann denken wir ihn zu da gehen Wir werden ihm alles berichten Was wir von dem überhaupt bekommen Folgt diesem Pfad und er gelangt in eine Kaverne Doch jetzt werde ich schlafen Bis der Zeitpunkt gekommen ist An dem ich einen neuen Medizinmann sein muss So Jetzt haben wir Aaron seinen Ball Und Ja, 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 ist okay Hör auf zu quatschen, ich will er runter Nein, nicht weggehen So, jetzt haben sie Akafubo alles erzählt Gut, nun ich glaube, das wär's dann wohl Ihr seid tugendhafte Leute, dass ihr diese Botschaft überbracht habt Mein Sohn und ich sind euch sehr dankbar Wofür sollten wir denn dankbar sein? Wenn sie mich aufgehalten hätten, als ich den großen Gabon mal verlassen hatte Wäre es gar nicht so weit gekommen Was, wenn du mehr Interesse für deine Pflichten aufbringen würdest Wärst du nicht so schnell verschwunden? Akafubo labern, ich lass mich in Ruhe Ich will das Ding nachholen So, jetzt kann ich mich hier nämlich verpissen Ja, ich geh nochmal in die Statue So Leute, jetzt geht's los Jetzt hole ich mir das Zeug, was da unten ist Wenn ich's schon machen kann Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür noch irgendwas Bestimmtes brauche Ich will's probieren Vielleicht war da unten sogar noch ein Gin Das weiß ich nicht, aber eventuell Katakomben von Gabomba Okay, ich merk schon Ja, hier komm ich noch nicht weiter Schade, schade Hier brauche ich nämlich noch was Wichtiges Was ich erst jetzt im Verlauf der Geschichte bekommen kann Nämlich wenn ich wieder nach Matra gelange Oder komme, wenn ich wieder in Matra bin Dann bekomme ich noch was sehr Wichtiges Und, ähm Damit kann ich dann weiterkommen Aber jetzt momentan ist mir das noch nicht möglich Leider Schade, aber naja, was soll man machen Wieso leckt das hier jetzt immer so? Das ist voll schrecklich Ja, so viel Geld Gefrierbrand, sehr schön Das Ding wollte ich haben Äh, geben wir's Cosma Und, gibt's noch irgendwas? Nö Aber dieser Froststab, der ist echt cool So Leute, ich würd sagen Äh, ich hab keine Ahnung Geh ich dann Nach Matra nochmal hier hin Oder mach ich das anders? Ich kann's auch anders machen Hm Ich überleg grad Ja, egal Erstmal Hol ich mir den Gin, der hier noch ist Und ja doch Ich glaub, wenn ich Zyklon hab Dann werd ich eventuell Obwohl, es ist ja so viel gelaufen Und äh Ekelhaft und so, ne? Na ne, ich werd hier bei Gelegenheit später nochmal hingehen Ist ja kein Problem Das Ding, was da unten ist Das ist nicht so wichtig Wobei ich schon gerne hätte Ach Leute, wisst ihr was? Wenn ich im Matra fertig bin Dann geh ich noch nicht zu Aaron, sein Schiff Sondern werde, ähm Ja, dann geh ich noch nicht zum Schiff Sondern werde Dings da machen So, jetzt muss ich Also dann werd ich hier nochmal her und Dings Ihr wisst schon Jetzt hab ich Djinns getauscht Und nun kann Jenna Wax tun Yeah So, und das ist der Djin Ich weiß nicht, ob der kämpfen will Vielleicht Ja, der will sogar kämpfen So Stahl Echo Und Blitz Und Brodem Bam Double Wind, aua Stahl Echo Jenna mit Erdgens Ist das nicht lustig? Machen wir Ragnarek Jenna macht dann Kanone Äh, Sturmblitz Und dann machen wir noch Frische Ja, schon gewonnen Das müsste der Djin Fauch gewesen sein Wenn ich mich nicht täusche Oder Wolke Ja, Wolke So, erstmal Hier Nee, erstmal so Der kommt da hin Äh Der kommt da hin So, zack Zack, zack Mal gucken, was Wolke so verstärkt Äh, hm Ja, ziemlich viel Energie sehe ich gerade Und PP steigt auch gut Sogar die Attacke steigt richtig doll Ja, der Wolke ist ja richtig gut Achso, ja Weil sie auch zum Geweihten wird Ja, klar Aber in der Versteckte ist auch voll Ja, das ist krass Okay, Felix und Jenna brauchen definitiv noch einen vierten Djin von ihrer Art So Das heißt, ich Ich kann auch hier rüber Und dann bin ich ein bisschen schneller, oder? Na klar, kleine Abkürzung Perfekt Bam, Gefrierbrand Und Mondbrise So Jetzt kann ich direkt hier abhauen Blub Zack Und runter da mit mir So, und jetzt muss ich bei den Klippen von Gondowan Da gibt's noch was zu holen, Leute Da gibt's noch was Ähm Und ihr werdet auch Gleich sehen, was es da noch gibt Erstmal diese ollen Affen und Und dann so ein Viecher Und alles mögliche Totmachen Bäm Bäm Bäm, Bäm Und dort Yeah Das ist doch schön So Dann ist jetzt ein weiter Weg Ich mach mal schnell mit Speed Dann geht's noch viel schneller Ach, ist das schön, wie schnell das geht Ach ja, so schön Ein Maulwurf Ist ja cool Mondbrise Und Macht der Stärke Und Äh, normaler Spezialangriff Was, normaler Spezialangriff? So, definitiv sind wir jetzt bei den Klippen von Gondowan Und hier gibt's noch was zu holen Nämlich Habt ihr vorhin schon so einen roten Pilz gesehen Und es gibt noch einen grünen Pilz Und den brauche ich Und den probe ich jetzt auch zu bekommen Dürfte nicht so schwer sein Denn mit Ahorns Hilfe komme ich da auch hin Ich will halt nur mal schnell Cookie machen So Lucky Lucky Zack, 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 zack Oh, Gefrierbrat ist so geil stark und alles Ey, boah So, hier muss ich hin Frost So Jetzt kann ich nämlich erstmal den Affen hier killen Ich wusste gar nicht, dass hier schon Affen kommen So, und dann zack, zack Und hier runter Und da müsste der Pilz sein Ja, da ist er Ein Heilschwamm Und mit diesem Gint kann ich was richtig cooles Feines, super nettes, tolles machen Und ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine Ja, und Cosma ist auch wieder Level up Ich glaub, sie hat sogar Tornado gelernt Ein richtig schöner Angriff Na, mal schauen Ja, das ist der andere Pilz Der ist aber nix wert Den brauch ich nicht So Ja, ich glaub, das muss ich dann erst im nächsten Part machen Weil ich das jetzt nicht mehr schaffe Und dann lauf ich im nächsten Part auch nochmal nach Gondoran Wo ich dann nochmal Digabomber-Statue gehe Ja, so mach ich das Na, wo ist denn die Brücke? Ich weiß nicht Ah, da Ja, ich wollt grad sagen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ha So Noch ein Lichthaub Total schnell tot Zack, weg Und da ist ein Madra Alles klar Ja, ihr seht schon Da steht die Naria Habt ihr vielleicht ein Mädchen namens Menadi getroffen? Nö Wenn ihr meine Schwester nicht kennt Hab ich euch nichts zu sagen Gebt mir was in den Augen Ja, Leute, die ist voll aggro So, und wir wollen hier hin Nein, die wollen wir nicht Aber guck mal Die haben als Haus hier einen Marschen Und der hier Will so gern mal wieder super leckeren Pilz essen Und deswegen bringen wir ihm den Heilschwamm Oh, ist das etwa Ist das nicht einer der Lieblingspilze? Habt ihr etwa die Klippen bezwungen Nur um uns diesen Pilz zu bringen Ah, das ist das Netteste Was jemals jemand für mich getan hat Dafür muss ich euch danken Aber was kann ich euch schon bieten? Was für Krieger wie euch von Interesse wäre Das ist nicht einfach Ja, da kommen sie Ich weiß nicht, ob ihr gerne ein Haustier hättet Aber das ist alles, was ich euch bieten kann Passt gut darauf auf Und ein weiterer Marschen Juhu Der Marschen Asche folgt Jenna Dankeschön So, paralysiert Gegner durch starken Hieb Na das ist doch was Schönes Jetzt hat jeder zwei Jins zum Angreifen Mindestens Wolke und Blitz Und Frische und Brodämmen Asche und Kanone Und Echo und Stahl Alles klar Ja Leute Im nächsten Part gehe ich dann mit Aarons Hilfe Nochmal in die Katakomben hier Und da holen wir dann noch was Schickes Wenn es klappt Und dann nochmal auf dem Weg nach Gondovan Zu Kibombo Und ja Mal gucken, ob ich das alles schaffe Also bis zum nächsten Mal Leute Ciao, ciao